Ja, Moid soll sich obstellen die Welt und gucken mit Beiswinde, wie er so ja größer hält, macht Hasene seine Kinder. Seine Tochter, seine Einzige Eine, Akluge, Adreiste, Acheine, wo es mit der Sache ihr Taten ist, in ihr Taten. Sie dreht Sacharum über die Welt und ruhig bei der Wücher, und ihr Nomen blitzt und hält von allen ihren Bücher. Sie schreibt, sie tage nicht auf unser Loschen, nur Meile verfallen, nicht koschen. Aby, der Buch ist gut, Aby, ihr Toik, vermarkt der Tate auf dem Wücher Neug, ins Lomir ihr euch Moichel sein und trinken lekover die Kalle Wein. In sechs Tagen hat der Tate die Milchome gewonnen, in sechs Tagen hat die Tochter ihr Bascherten gefunden, auf dem selben Ort, in auf dem selben Schlacht, hat Gott gegebenen Sachen und dem Siebe gemacht. Lomir, Ope, im Abbecher, lekover die Bascherten, und im Abgeben dem Kowever dem Geherten. Weil euch der Moach in die Zeugen gewinnt der Schwer, ist er der Hosen gewinnt die Hand auf dem Gewehr. Und jetzt, Lomir, trinken lekover dem zweiten Po, was ist jung bis Gott, was ist schön bis Gott, der Hosen, einer, für ein Rappenmöches Bonim, ist er ein nemeser Vorsteher von dem Sprache Dajoni. Wenn er hat verschlossen, aber wusste zu wehren, hat er sich verwandelt gleich in Aschtern. Auf dem silbernen Vorrang ist er in der Felder gegangen, und gleich wie der Tate alle Herzer gefangen. Die Kalle, Atoi, bei der Zarte Aschteile, sie trugt zu dem Himmelabharen mit Pfille. Sie nervt von der Odlehr, sie wird schon in Aponim, euch, wenn er ein Odlehr, wie alle Dajonim. Lomir, räumen ein Becher, lekover die Menschen, wo sie einen gekommenden Ball Simche-Benschen. Sie hören, wie Meusche der Langzeit die Teure, ein bisschen mit Simche und ein bisschen mit Meure. Dort drehen sich herum Araber und Iden, von Trinken und Essen vermatterte Mide, mit Liebe und Simche vermischt mit Kine, ein nemeser Bild von der ganzen Medine. Untertitelung des ZDF, 2020